Willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute möchte ich mal eine kleine sache ankündigen und zwar möchte meine freundin dass ich zehn kinder zu nehmen und ja das werde ich jetzt machen und dafür habe ich mir ein paar sachen ausgedacht und zwar erstens werde ich diesen monat oder naja für die nächsten 30 tage eine challenge machen und zwar werde jeden tag 100 liegestütz machen die challenge beginnt heute heute ist er und schlecht sieht man es hier heute ist der 23 dritte die challenge geht bis zum 21 vierten ab heute und so war der ersten tag mit 100 liegestütz aus viel spaß so ich kann schon mal prophezeien dass es hier eine absolute katastrophe wird aber ohne fleiß kein preis legen wir los leute in 30 tagen sieht anders aus na ok scheiß drauf einfach los machen ok erst 15 geschafft ich bin schon komplett am arsch aber machen wir weiter alter fach das wird nicht lustig morgen habe ich selbst richtig haben muss gekauft zwei noch dann habe ich 25 absolute katastrophe wie gesagt 30 habe ich soll 100 machen das wird nicht lustig ok ich brauche erstmal eine längere pause so nach einer guten stunde pause jetzt vier eiern und ein paar beeren mit kokosmilch werde ich mich jetzt wieder an die liegestütz begeben und werde mal gucken wie viel ich da noch raushauen kann also haben wir direkt rein 40 sind wir jetzt insgesamt ich bin so durch also kein bock mehr egal tag 1 morgen wird noch ekelhafter 45 50 schaffe ich noch danach macht glaube ich einfach frauen die geschützt weiter boah ich bin durch älter ich mach jetzt braun die schütze einfach ist mir scheiß egal 60 stück ok ich brauche wieder eine pause so 30 liegestütz fehlen noch die müssen natürlich gemacht werden es ist jetzt 22 uhr 12 und let's go also erster tag ist fucking k morgen ist wahrscheinlich noch härter weil ich da muskelkater habe aber was gemacht werden muss muss gemacht werden also gehen wir los ich hoffe man sieht mich gut 15 sind geschafft die restlichen schaffe ich auch noch ich mache jetzt einfach wieder frauen die geschützt und die letzten fünf werden jetzt nochmal normal gemacht und die letzten fünf werden jetzt nochmal normal gemacht let's go vier letzte schaffe ich noch geschafft 100 fucking liegestütz wenn auch ein paar frauen liegestütz aber es geht nur darum angefangen zu haben und ich schaffe das in 30 tagen wird es ganz anders aussehen also let's fucking go wir sehen uns am 21. 21. vierter bis dann jeden tag 100 liegestütz man sieht sich tschau ma man kommen sie hallo um 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 um